Es geht jetzt gleich weiter mit der Tosh Pyro-Line. Das sind eigens kreierte Feuerwerksartikel, ganz nach dem Geschmack des Meisters, der hier neben mir sitzt. Kurz, knackig, bunt, laut, schrill, blau, silber, alles dabei, was das Pyroherz begehrt. Wir machen hier direkt weiter mit der Nummer 50, mit der Tosh Pyro 1. Vielen Dank. So, weiter geht's, Nummer 51, Tosh Pyro Nummer 2. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020